Die deutsche Romantik, deren Ursprünge in Jena gesehen werden, prägte ab etwa 1800 Literatur. Später auch die Malerei und die Musikästhetik in Deutschland. Friedrich von Schlegel, Ludwig Thieg und Novalis gehörten zu den prägenden Persönlichkeiten der Frühromantik. Teilweise wird die deutsche Romantik als Ursprung einer Bewegung angesehen, die sich in ganz Europa ausbreitete. Ursprung Ende 1797 hat der Begriff Romantik für Schlegel schon vielfältige Facetten gewonnen. In einem Brief an seinen Bruder August Wilhelm schreibt er, meine Erklärung des Wortes romantisch kann ich dir nicht gut schicken, weil sie minus 125 Bogen lang ist. 1798 findet er folgende Definition. Diese neue Ästhetik ging auch einher mit einer neuen Autonomie der Künste, wie sie Friedrich Schlegel forderte. Eine Philosophie der Poesie überhaupt aber würde mit der Selbstständigkeit des Schönen beginnen und wie es auch in der Musiktheorie von Wackenroder und Thieg formuliert wird. In der Instrumentalmusik aber ist die Kunst unabhängig und frei, sie schreibt sich nur selbst ihre Gesetze vor. Ende des Jahres 1797 traf Thieg erstmals mit Friedrich Schlegel zusammen. Er hielt sich 1799 bis 1800 in Jena auf, wo er zu den beiden Schlegels, Novalis Clemens Brentano, Johann Gottlieb Fichte und Friedrich Wilhelm Josef Schelling in freundschaftliche Beziehungen trat. Für die in der sogenannten Jena-Früh-Romantik von den Schlegels entwickelten Theorien lieferte Thieg die literarischen Beispiele. Anliegen der Romantik Die Grundthemen der Romantik sind Gefühl, Leidenschaft, Individualität und individuelles Erleben sowie Seele, vor allem die gequälte Seele. Romantik entstand als Reaktion auf das Monopol der vernunftgerichteten Philosophie der Aufklärung, die in Deutschland vor allem durch Immanuel Kant geprägt war und auf die Stränge des durch die Antike inspirierten Klassizismus. Im Vordergrund stehen Empfindungen wie Sehnsucht, Mysterium und Geheimnis. Dem in die Zukunft gerichteten Rationalismus und Optimismus der Aufklärung wird ein Rückgriff auf das Individuelle und Nominose gegenübergestellt. Diese Charakteristika sind bezeichnend für die romantische Kunst und für die entsprechende Lebenseinstellung. Der Romantiker ortet einen Bruch, der die Welt gespalten habe in die Welt der Vernunft, der Zahlen und Figuren und die Welt des Gefühls und des Wunderbaren. Treibende Kraft der deutschen Romantik ist eine ins Unendliche gerichtete Sehnsucht nach Heilung der Welt. Nach der Zusammenführung von Gegensätzen zu einem harmonischen Ganzen, symbolische Orte und Manifestationen, dieser Sehnsucht sind nebelverhangene Waldtäler, mittelalterliche Klosterruinen, alte Mythen und Märchen. Die Natur etc. Zentrales Symbol für diese Sehnsucht und deren Ziel ist die blaue Blume, die wie kein anderes Motiv die romantische Suche nach innerer Einheit, Heilung und Unendlichkeit verkörpert. Im Gegensatz zur selbstgesetzten Aufgabe der Dichter der Weimarer Klassik sowie von Sturm und Drang und Aufklärung, zum Beispiel der Erziehung des Volkes durch die Literatur, sahen die Dichter der Romantik ihre Aufgabe in der Heilung des Risses, der durch die Welt und damit durch die Individuen geht. Eine Möglichkeit dazu bot ihnen zufolge die Kunst, mystisch überhöht im Begriff des Dichterpriesters. Denn, die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Die Romantiker suchten die verlorengegangene Welt in Werken aus der Kindheit der Menschen, also in Märchen und Sagen. In Volksliedern und im Mystizismus des Mittelalters und seiner als ideal verklärten ständischen, auf Treue gegründeten Ordnung. Auch in exotischen Ländern wurden Anstöße gesucht. Das Wahre wurde nicht im Intellektuellen gesehen, sondern in dem als natürlich und wahrhaftig angesehenen Verhalten des einfachen Volkes. In die Musik der Romantik flossen unter anderem auch Volkstänze ein, etwa bei Franz Schubert. Die Brüder Grimm sammelten die Sagen und Märchen der mündlichen Volksüberlieferung. Allerdings wurden auch Gefahren in diese anderen Welt gesehen. Die Nachtseite der Romantik, geprägt von Teufelspakten, Wahnsinn, Gespenstern, Schuld und Tod, findet sich besonders ausgeprägt bei E.T.A. Hoffmann. Malerei. Mit Kaspar David Friedrich entwickelte sich auch schon frühzeitig eine eigene Richtung in der Malerei. Eines der bekanntesten Gemälde in diesem Zusammenhang ist das Bild Wanderer über dem Nebelmeer, das in den Jahren 1818 bis 1819 entstand. Punkt, 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 Musik. Der heranwachsende Richard Wagner las in der umfangreichen Bibliothek seines Onkels die Romantiker, zum Beispiel E.T.A. Hoffmann. Angeregt durch die Spätromantik, insbesondere von Themen aus Ritterzeit und Ritterwesen, hatte er den Plan zu seiner ersten Oper unter dem Titel Die Hochzeit verfasst. Er dichtete den Text und begann mit der Komposition der ersten Nummern dieses »Nachtstücks« von schwärzester Farbe, dessen übertriebene Schauerromantik bei seiner Schwester Rosalie jedoch wenig ankam. Daraufhin vernichtete Wagner den Textentwurf, von der Partitur blieben Teile erhalten. Durch die Musik von Wagner, Gustav Mahler und Richard Strauss reichen die Einflüsse der Romantik bis in das 20. Jahrhundert hinein. Trotz des zeitlichen Abstandes zu den anderen Künstlern der Epoche ist die Musik von Strauss an die Wagner-Schehtonsprache angelehnt und kehrte in seinen Spätwerken sogar zu einem eher klassizistischen Stil zurück.